Herzlich Willkommen auf Zeiteisen, dem Kanal für deutsche mechanische Armbanduhren. Mein Name ist Hans-Peter Schwarzfischer und ich betreibe diesen Kanal in Kooperation mit Juwelier Gruber aus Rosenheim. Im heutigen Review habe ich mir eine Meistersinger ausgesucht und zwar eine doch sehr spezielle Meistersinger, eine Meistersinger Stratoskop mit blau-schwarzem Ziffernblatt. Zuerst möchte ich ein wenig auf die Firma und auf den Hersteller Meistersinger eingehen. 2001 durch Manfred Brassler wurde Meistersinger in Münster gegründet, ist in einem wunderschönen Hafengebäude untergebracht aktuell und firmiert als Meistersinger GmbH und Co. KG. Für was steht nun Meistersinger? Offensichtlich ist dieser eine Zeiger. Ein großer Nadelzeiger zeigt in 5-Minuten-Schritten die Zeit an. Das ist die Besonderheit. Meistersinger steht aber auch mittlerweile für eigene Kaliber, also Manufakturkaliber, die auch alte Uhrmacherkunst und Tradition wieder nach vorne bringt. Man denke an die Bellora mit dem Stundenschlag. Inspiriert ist diese Einzeiger-Thematik von alten Kirchturmuhren, die alsamt meistens nur einen Zeiger hatten. Wissen muss man auch noch, dass Meistersinger große Teile der Uhren in der Schweiz fertigt und somit dürfen alle Meistersinger-Uhren auch das Gütesiegel Swiss mit tragen. Dann schauen wir uns als nächstes die technischen Daten mal der Stratuskörper an, technische Bezeichnung ST982. Das Gehäuse misst 43 Millimeter und ist Edelstahl. Der Lactolack liegt bei 50 Millimeter, die Höhe ist 13 Millimeter, wasserdicht ist C5 Bar. Das Urglas ist ein Saphirglas, der Boden ist ein Minerallglas-Sichtboden. Das Werk ist ein modifiziertes Selita SW220-1. Die Gangreserve dieses Kalibers liegt bei 38 Stunden. Der Bannanstoß bei 20 Millimetern. Das Bande ist ein braunes Vintage-Spaltleder. Die Schließe ist eine Doppelfalzschließe und der Preis liegt aktuell bei 4.390 Euro Liste. Dann gehen wir auf die Besonderheiten der Stratoscope ein. Offensichtlich ist natürlich auf dem Ziffernblatt diese riesengroße Mondphase. Also ich kenne bis auf die Lunascope, die auch von Meistersinger kommt, keine Mondphase, die ähnliche Größe hat. Und der Mond, der hier die Kreise zieht, das sind fast 10 Millimeter, also ein Zentimeter groß ist dieser Mond, fotorealistisch bei der Stratoscope in Silber ausgeführt. Das Ziffernblatt ist auch durch die blau-schwarze Färbung dieser Nacht und dieser Mondphase, dieser nächtlichen Phase angelehnt und passt natürlich hervorragend zum Stiller Uhr und natürlich auch zu dieser Mondphasen-Thematik. Wer sich die Stratoscope jetzt bei Dunkelheit betrachtet, der hat auch einiges zu sehen, denn die stark lumifizierten Indizes und arabischen Ziffern, der große Nadelzeiger und natürlich auch der große lumifizierte Mond machen hier einiges her und das ist wirklich ein Schauspiel bei der Lunascope, auch bei Dunkelheit. Das 43 Millimeter Gehäuse kennen wir von Meistersinger. Die Lunette ist glanzpoliert, die Seiten sind satiniert, so ist ein sehr, sehr guter Kontrast und macht einen edlen Eindruck. Die Krone ist mit einem Meistersinger-Logo versehen und passt sich von der Größe her diesem 43 Millimeter Gehäuse optimal an. Der Boden wurde mit sechs polierten Schrauben einzeln verschraubt und dichtet das Gehäuse mit fünf Barb und somit ist die Uhr auch spritzwassergeschützt und macht damit oder vervollständigt damit auch eine gewisse Alltagstauglichkeit. Kommen wir als nächstes zum Kaliber des Verbautes. Das Meistersinger arbeitet hier meistens mit modifizierten Selliter-Werken. Bei dieser Mondphasenuhr handelt es sich jetzt um ein Selliter 2020-1, das auch von der Optik her in der Elaboré-Ausstattung daherkommt. Also hier auch mit gebräuten Schrauben und mit Schliffen versehen ist. Das ist optisch natürlich auch ganz nett anzusehen. Modifiziert wird dieses Selliter-Kaliber mit einem Eigenbau-Mondphasen-Modul, das es möglich macht, dass die Mondphase 120 Jahre nicht nachgestellt werden muss. Also so fein ist diese Regulierung austariert. Natürlich müsste sie 120 Jahre durchlaufen. Ja, das denke ich mal, wird sie nicht oder wird nicht der Fall sein. Vom Werk her werden Selliter-Werke, also die 200er-Serie, 22er-Serie, werden so mit minus 10 bis plus 12 Sekunden am Tag von der Präzision her angegeben. Sehr viele Hersteller, die Selliter-Kaliber verwenden, justieren natürlich wesentlich genauer. So auch Meistersinger. Ich habe jetzt diese Stratoscope auf meiner Zeitwaage im Mittel mit 1 Sekunden, 2 Sekunden plus gemessen. Also hier liegen Chronometer-Werte vor und das bin ich auch vom Meistersinger so gewohnt. Schön bei Meistersinger ist auch noch, dass hier eigene Rotoren zum Einsatz kommen. Die sind teilskeletiert, also haben so einen leichten oder eine Ausfassung und sind mit Goldfarben im Meistersinger-Logo verziert. Ja, passt gut zum Elaborer-Laufwerk von Selliter. Was haben wir noch auf dem Ziffernblatt? Wir haben bei 6 Uhr ein Datum. Das ist eine schwarze Datumsscheibe mit weißen arabischen Ziffern. Auch die arabischen Ziffern auf dem Ziffernblatt sind Meistersinger typisch mit einer führenden Null. Das soll die Verwandtschaft zu Messinstrumenten darstellen. Und der Charakter der Uhr mit diesen Einzeigern und mit diesen arabischen Ziffern spiegeln diese Messinstrumentqualität oder Thematik, Designidee auch wieder. Wie passt sich jetzt diese 43 Millimeter Gehäuse mit 50 Millimeter Lack-to-Lack am Handgelenk an? Es ist eine präsente Uhr, auch optisch natürlich mit dem riesigen Mond und auch von der Größe des Gehäuses. Also man braucht schon ein starkes Handgelenk, um hier nicht Gefahr zu laufen, dass die Uhr überbordet. Das ist klar. Mein Handgelenk ist jetzt 20 Zentimeter. Für mich passt die Uhr hervorragend. Wobei jetzt, ich sag mal, ab 18,5, denke ich mal, geht es los, wo man die Uhr ganz gut tragen kann. Ist auch mal für stärkere Handgelenke, also mit 23, 24 Zentimeter Umfang, kann man diese Uhr wirklich toll tragen. Unterstützt wird dieser Tragekomfort auch für mich mit diesem Vintage-Spaltleder-Anband, das hier angebracht ist. Das ist für mein Dafürhalten jetzt in der Auswahl bei Meistersinger von der Optik her und vom Tragekomfort her hervorragend zugepasst. Kommen wir noch zum Preis. Aktuell werden hier eine 4.390 Euro Liste aufgerufen. Damit sind wir schon ganz gut im Luxus-Segment unterwegs. Ja, das Fazit zur Stratoskop. Die Stratoskop ist für Individualisten, die gerne auch mal über Uhren diskutieren. Denn diese Uhr regt auf alle Fälle zu Diskussionen an. Alleine schon durch den nicht vorhandenen Minutenzeiger. Und hier stellen sich immer wieder die Fragen, wie liest man denn hier die Uhrzeit ab. Auch die riesige Mondphase wird ein Gespräch auslösen. Also der Träger muss nicht nur ein starkes Handgelenk haben, sondern auch gerne über Uhren diskutieren. Denn angesprochen wird man mit dieser Uhr auf alle Fälle. Einzeigerfans wie ich kommen an das Stratoskop, denke ich erstmal nicht vorbei. Und ja, die Überlegung, so eine Uhr in die Sammlung zu legen, liegt natürlich nahe. Einzig der Preis, die 4.390 Euro, sind schon an der oberen Skala, würde ich sagen. Also wert ist es natürlich allemal. Die Qualität ist über jeden Zweifel haben. Allerdings bin ich halt hier schon in Preisregionen, wo ich auch renommierte Schweizer Marken einkaufen kann. Ja, wie immer gibt es bei meinen Uhren auch den Zeiteisen-Score. Wer den Zeiteisen-Score nicht kennt, 1 ist nicht vorhanden oder wenig ausgeprägt und 10 ist der Maximalwert. Und ich vergebe jetzt für die Stratoskop für das Aussehen eine 9 für die Verarbeitung. Die ist top, eine 9 Technik mit diesem selbstgebauten Umphasen-Modul 8,5. Dann die Funktionen, eine 5, der Tragekomfort ist für mich top. Allerdings, wie gesagt, 20 cm Handgelenk, ganz subjektiv. Eine 9, wasserdicht mit 5 Bar, das ist ein fester Wert. Bei mir gibt es nur eine 3. Preisleistung, mache ich hier ein paar Abstriche, gebe ich eine 7. Macht 50,5 von möglichen 70 Punkten. Ja, das war es heute mit der Meistersinger Stratoskop ST-982. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn eine dieser Uhren interessiert, unter info at zeiteisen.de kann man gerne ein Angebot anfragen. Und alle Reviews habe ich unter zeiteisen.de nochmal zusammengefasst und kann man noch weitere Infos nachlesen. Ja, das war es für heute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit mit vielen Grüßen aus Rosenheim. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020